Lassen Sie mit dem Pearl-Fanset die Stimmung der Weltmeisterschaft 2006 wieder auferleben, denn dank des 8-teiligen Fansets sind sie fortan meisterlich ausgestattet. In dem Paket ist alles enthalten, was ein echter Fan braucht, um im Stadion, beim Public Viewing oder zu Hause die Nationalmannschaft zu unterstützen. Das Armband in den Deutschlandfarben und die Fankappe gehören schon zur Grundausstattung, die nirgends fehlen darf. Mit dem Schminkset verleihen sie ihrem Fan-Outfit den individuellen und kreativen Touch, der sie aus der Fanschar hervorhebt. Ordentlich gejubelt wird mit der aufblasbaren Riesenhand und den beiden Cheering-Sticks. Fehlentscheidungen des Schiris quittieren sie mit knackigen Pfiffen aus der Trillerpfeife. Schiri, faul! Und dann, wenn das entscheidende Tor fällt, gibt es natürlich nur noch eins. Raus mit der Deutschlandfahne in den Autokorso. Zeigen sie unübersehbar, für welche Mannschaft ihr Herz schlägt. Und mit diesem Set macht es gleich doppelt so viel Spaß. Also, ab ins Stadion! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017